Okay, willkommen zurück. Heute ist Dienstag und es ist 9.52 Uhr. Ich habe 7.408 Dollar auf meinem Konto. Ich habe diesen Betrag in den letzten zwei Wochen verdient und ich werde Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie genau dieses System funktioniert, so dass auch Sie in der Lage sind, genau wie ich nach diesem System zu traden. Wie Sie hier sehen können, nutze ich das Popularitätstool, ein soziales Trading-Tool, welches Ihnen anzeigt, in welche Richtung die Mehrheit der Trader im Moment tradet. Dieses Hilfsmittel ist bei dieser Trading-Strategie äußerst wichtig und es ist auch, vor allem bei TradeRush, sehr treffsicher, dank der großen Anzahl an Tradern auf der Seite, die zur gleichen Zeit online sind und während jeder Tageszeit traden. Im Moment sagen also 57% der Trader, dass das Euro-US-Dollar-Währungspaar steigen wird. Also halten wir uns an die Mehrheit der Trader. Um nun einen Trade zu eröffnen, müssen Sie auf den 60-Sekunden-Tab klicken. Das mache ich jetzt. Schauen Sie. Sie können das Währungspaar auswählen, das Sie traden möchten. Ich trade den Euro-US-Dollar. Hier unten sehen Sie ein Diagramm, das Ihnen den Kursverlauf der Währung während der letzten Stunde zeigt. Hier sehen Sie die Schaltflächen für Call und Put, die Auszahlung für diesen Trade und die Rendite, die Sie für Ihre Investition erhalten. Sie sollten auch beachten, dass dies eine garantierte Rendite für Ihre gewonnenen Trades ist, selbst wenn Sie gerade einmal eine halbe Kommastelle über bzw. unter dem Ausgangswert liegen. Okay, der zweite Schritt ist die Ausführung eines 5-Dollar-Trades. Zack, zack. Wir klicken auf Start und dann auf OK und schon sind wir dabei. Hier sehen Sie die Währung oder den Vermögenswert, den Sie handeln. Dieser Pfeil zeigt die Richtung an, in die Sie traden. Hier ist der Kurs des Währungspaares zum Zeitpunkt, als ich in den Trade eingestiegen bin. Und der aktuelle Kurs der Währung, die ich trade. Hier ist die Auszahlung für den Trade. 8,80 Dollar. Ach ja, sehen Sie, wie der Balken rot geworden ist? Wie bereits im ersten Video erwähnt, aktualisiert sich Trade Rush in Echtzeit. Das Wichtigste in diesem Fall, sich nicht aufzuregen. Ganz egal, ob Ihr Trade gerade grün oder rot ist, er spielt nicht wirklich eine Rolle. Sie sollten immer das Gesamtbild betrachten. Viele Menschen neigen dazu, sofort in Unruhe zu verfallen, sobald sie den roten Balken sehen. Und deshalb möchte ich Folgendes noch einmal betonen. Wenn Sie hier sind, um nur einen einzigen Trade zu gewinnen, dann sind Sie im falschen Geschäft. Sie müssen Ihre Emotionen aus Ihrem Trading fernhalten und sich auf die Strategie konzentrieren. Denken Sie daran, solange Sie in die gleiche Richtung wie die Mehrheit der Trader traden, wissen Sie, dass Sie einen Vorteil haben. Dieser Vorteil ist, dass Sie ein konsequenter Trader sind, mit einer echten Strategie. Oh, sieht so aus, als ob der Balken wieder grün geworden ist. Diesen Trade haben wir letztendlich doch gewonnen. Nun, das hatte ich zwar nicht erwartet, aber das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe die 8,80 Dollar gewonnen. Was bedeutet, dass ich einen Gewinn von 3,80 Dollar erzielt habe. Jetzt beginne ich einfach wieder mit Schritt 1 von vorn. Klicken Sie auf den binären Optionen-Tab und schauen Sie im Popularitätstool, in welche Richtung die meisten Trader gerade traden. Wie Sie sehen, sagen 57 Prozent, dass der Kurs steigen wird. Lassen Sie uns noch einmal einen 5-Dollar-Trade in die gleiche Richtung eröffnen. Klicken Sie auf Start, dann auf OK und wir sind wieder dabei. Wenn ich diesen Trade jetzt gewinne, gehe ich wieder zurück zu Schritt 1 und 2 und mache weiterhin diese kleinen 3,80 Dollar Gewinne, welche sich zu einer ordentlichen Summe aufaddieren, solange ich keinen Trade verliere. Da ich in die gleiche Richtung wie die Mehrheit der Trader tradee, kann es eine Weile dauern, bis ich einen Trade verliere. Aber sobald dies passiert, mache ich mit Schritt 3 weiter. Bei Schritt 3 machen Sie einen 15-Dollar-Trade, was ausreicht, um Ihren 5-Dollar-Verlust und Ihre 15-Dollar-Investitionen auszugleichen und zusätzlich einen Gewinn von 6,40 Dollar zu erzielen und dabei in den schwarzen Zahlen zu bleiben. Wie Sie vielleicht bemerkt haben, gibt es eine wichtige Sache bei dieser Strategie, vor allem wenn Sie mit 60-sekündigen binären Optionen handeln. Und zwar, wie schnell Sie in Ihre Trades einsteigen. Sobald Sie einen Trade verlieren, sollten Sie keine Sekunde lang zögern. Sie müssen sofort mit dem nächsten Schritt weitermachen, um Ihre Verluste auszugleichen und die aktuellen Währungsschwankungen mitzunehmen. Wir haben hier nur noch ein paar Sekunden, bis dieser Trade abläuft. Ich hatte gehofft, dass ich Ihnen hier einen verlierenden Trade zeigen kann, aber es sieht so aus, als ob ich auch diesen Trade gewinne. Dies zeigt wieder einmal, wie treffsicher das Popularitätstool bei Trade Rush ist. Dies ist wirklich erstaunlich, aber seine Genauigkeit leuchtet ein, wenn man bedenkt, dass es die Handelsentscheidungen von einer so großen Anzahl von Tradern widerspiegelt, welche alle zur gleichen Zeit traden. Jetzt möchte ich Ihnen ein weiteres wichtiges Hilfsmittel zeigen. Die Registerkarte Offene Positionen, direkt hier über der Uhr. Ich wähle hier einfach Euro, US-Dollar und wähle heute aus. Okay, hier sehen Sie die zwei gewonnenen Trades, die ich bis jetzt gemacht habe, für jeweils 5 Dollar und den Auszahlungsbetrag von 8,80 Dollar für jeden Trade abzüglich der Investition von 5 Dollar. Durch diese beiden Trades habe ich einen Gewinn von knapp 8 Dollar erzielt, aber dies ist erster Anfang. Jetzt gehen wir zurück zur Trading-Plattform. Ich klicke einfach hier, sehen Sie, und wähle Euro, US-Dollar. 57% der Trader sagen, dass der Euro, US-Dollar steigen wird. Also klicke ich auf den 60-Sekunden-Tab, eröffne einen 5-Dollar-Trade, klicke auf Call, dann auf Start und schließlich auf OK. Hoffen wir, dass wir dieses Mal wirklich einen verlierenden Trade zu sehen bekommen. Manchmal kann es wirklich ewig dauern, bis man mit diesem System einen verlierenden Trade zu sehen bekommt. Ich könnte einen verlierenden Trade eigentlich recht einfach erzeugen, indem ich einfach gegen die Mehrheit der Trader traide. Aber ich halte mich an die Schritte in dem System, damit ich Ihnen besser zeigen kann, wie es wirklich ist. Ich möchte Ihnen das komplette Schritt-für-Schritt-System von Anfang bis Ende zeigen. Und dies ist ein Live-Video, deshalb ist es nicht immer einfach, solche Dinge zu planen. Aber ich mache einfach weiter und hoffe, dass Sie den nächsten Schritt bald zu sehen bekommen. OK, wir haben endlich den roten Balken, auf den wir gewartet haben. Verstehen Sie das nicht falsch, ich bin weder glücklich noch traurig darüber. Ich lasse mich beim Trading nicht von meinen Gefühlen beeinflussen. Es ist zwingend notwendig, dass auch Sie von Ihren Emotionen beim Trading Abstand nehmen. Ganz gleich, ob der Balken grün oder rot ist. Aber es sieht so aus, als ob dieser Trade an dieser Stelle definitiv kein Gewinner mehr wird. Also wird es Zeit, sich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Ich halte meinen Mauszeiger bereit auf dem Investieren-Tab und bin bereit, 15 Dollar für den nächsten Schritt auszuwählen. Erinnern Sie sich, das ist Schritt Nummer 3. Warten wir also noch auf den Countdown hier. Jep. Und ich gehe sofort zum nächsten Schritt über. Beachten Sie, dass ich jetzt keine Zeit habe, auf das Popularitätstool zu achten. Aber das passt schon. Es endet sich nicht jede Minute und Schnelligkeit ist jetzt am wichtigsten. Beachten Sie bitte auch, dass ich das Video nicht anhalte und sage, ich bin gleich wieder da. Oder irgendetwas ähnliches. Ich möchte, dass Sie wirklich miterleben, wie dieses System funktioniert. In Echtzeit und während wir warten, können wir über den nächsten Trade sprechen. Also Schritt 4. Sollten wir diesen 15 Dollar Trade verlieren, dann ist unser nächster Trade ein 50 Dollar Trade, mit dem wir einen Profit von 38 Dollar erzielen sollten. Dies ist genug, um den 20 Dollar Gesamtverlust von dem 5 Dollar und dem 15 Dollar Trade auszugleichen und zusätzlich noch einen Gewinn von 18 Dollar zu erzielen. Wie Sie sehen können, wird Ihr potenzieller Gewinn umso größer, je größer Ihre Investition ist. Das ist eine kleine Entschädigung, da niemand wirklich gerne einen Trade verliert. Aber solange ich weiß, dass danach noch ein größerer Gewinn auf mich wartet, habe ich Lust weiterzumachen. Also sieht es immer noch nicht danach aus, als ob dieser Trade zum Gewinner wird. Er ist immer noch rot und sehr weit weg von meinem Einstiegskurs entfernt. Ich muss mich jetzt bereit machen für den nächsten Trade in Höhe von 50 Dollar, da wir nur noch ein paar Sekunden Zeit haben, bis dieser Trade ausläuft. Ich wähle 50 Dollar und mache mich bereit, den Start-Button zu drücken. Und weiter geht's. Wir klicken auf OK und sind bereits beim nächsten Trade. Dieser Trade ist also ein 50 Dollar Trade. Ich habe also wieder etwas Zeit, Ihnen den nächsten Trade zu erklären, der ein bisschen schwieriger sein wird. Es ist der 125 Dollar Trade. Und ich hoffe wirklich, dass Sie ihn zu sehen bekommen. Ich habe nur selten die Chance, diesen Schritt anzuwenden, da ich mit dem Popularitätstool in die gleiche Richtung wie die Mehrheit der Trader traide. Aber heute haben wir in dieser Hinsicht Glück, weil der Prozentsatz im Popularitätstool nicht sehr eindeutig ist. Circa 57% sagen steigend und 43% sagen fallend. Also hoffe ich wirklich, dass Sie zu sehen bekommen, was als nächstes kommt. Sollten Sie diesen Trade nicht gewinnen, so sollte Ihr nächster Trade ein 125 Dollar Trade sein. Das Knifflige daran ist, dass dieser Betrag nicht als Vorgabe zur Verfügung steht. Also muss ich mir etwas einfallen lassen. Um dies zu umgehen, muss ich schnell einen 100 Dollar Trade eröffnen und sofort danach ganz schnell einen weiteren Trade für 25 Dollar eröffnen. Dies müssen Sie so schnell wie möglich tun, damit beide Trades fast gleichzeitig ablaufen. Ich mache also schnell den 100 Dollar Trade und... Ja, Sie können den nächsten Schritt miterleben. Sie müssen jetzt schnell sein und sofort einen weiteren Trade für 25 Dollar eröffnen. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern. Und schon sind wir dabei. Jetzt sehen meine Chancen viel besser aus. Sie dürfen nicht vergessen, ich trade konsequent in die gleiche Richtung wie die Mehrheit der Trader. Mit einem sehr, sehr vorhersehbaren Währungspaar wie dem Euro-S-Dollar. Und solange es keine wichtigen Nachrichten zum Euro oder dem US-Dollar gibt oder es einen unerwarteten Absturz gibt, bin ich recht zuversichtlich, dass ich diesen Trade gewinnen werde. Das ist auch einer der Gründe, warum ich empfehle, das Euro-US-Dollar-Währungspaar zu traden. Es ist nicht so schwankungsanfällig wie andere exotische Währungspaare. Aber natürlich können Sie alle Währungspaare handeln, die Ihnen gefallen. Und wie Sie sehen können, sieht es, wie erwartet, ziemlich grün aus. Sie können bereits jetzt die riesige Rendite für diesen 125 Dollar Trade ausrechnen. Welche meinen Kontostand weit genug erhöhen wird, um meine Verluste für heute auszugleichen und noch einen ordentlichen Profit abzuwerfen. Also werde ich warten, bis diese beiden Trades ablaufen. Ich bin zuversichtlich, da ich konsequent in die gleiche Richtung wie die Mehrheit der Trader tradee. Okay, ich habe diesen Trade gewonnen und der andere Trade wird auch gleich ablaufen. Denken Sie daran, Sie müssen beide dieser Trades fast gleichzeitig mit so wenig Zeitabstand wie möglich eröffnen. Und wie es aussieht, ist dies ein weiterer erfolgreicher Trade. Schauen Sie sich das an. 220 Dollar in nur 60 Sekunden, die bereits bei meinem Kontostand angezeigt werden, wie Sie hier sehen können. Aber denken Sie daran, wir haben auch ein paar Trades verloren, also sind nicht die gesamten 220 Dollar Gewinn. Aber wir haben mit 7408 Dollar begonnen. Und wenn ich hier kurz nachrechne, Moment, haben wir nach diesem Trade einen 32 Dollar Profit. Ein sehr gutes Ergebnis für nur 10 Minuten Arbeit. Und was tun wir jetzt? Genau, wir gehen zurück zu Schritt Nummer 1. Werfen schnell einen Blick auf den Popularitätstab, um zu sehen, wie die meisten Trader traden, klicken auf den 60 Sekunden Tab, wählen einen 5 Dollar Trade, klicken auf Call, Start, OK und machen wieder eine Investition von 5 Dollar. Nun, für viele von Euch beginnt an diesem Zeitpunkt das Video langweilig zu werden. Aber mir ist es wichtig, dass ich Ihnen mehr als einen Trading-Zyklus zeige. Dies tue ich, damit Sie wirklich sehen können, wie ich mit den verschiedenen Situationen mit dem Trader-in-Pyjamas-System umgehe. Nun, vielleicht können Sie nicht unbedingt das Ergebnis Ihres Trades vorhersagen. Aber Sie können eine professionelle Strategie für Ihre Investition anwenden und Sie können ein soziales Trading-Tool wie das Popularitätstool zu Ihrem Vorteil anwenden. Auf diese Weise sind Sie immer bereit für jede Situation, die kommen mag. Und wie Sie gleich sehen werden, ist kein Trading-Zyklus wie der andere. Im Moment sieht es so aus, als würde ich diesen 5 Dollar Trade nicht gewinnen. Jetzt bereite ich mich auf Schritt Nummer 3 vor, die Investition von 15 Dollar. Und ich werde einfach warten, bis dieser Trade ausläuft. Ich gehe nach oben und bereite diesen 15 Dollar Trade vor und bin dann zur rechten Zeit bereit, um zu Schritt 3 überzugehen. Okay, es geht weiter. Klicken Sie auf Start, OK und schon sind wir bei Schritt Nummer 3. Nun, für diejenigen, die noch nicht sicher sind, ob dieses System überhaupt funktioniert oder nicht, empfehle ich Folgendes. Eröffnen Sie ein Demokonto mit Trade Rush und probieren Sie das System mit Spielgeld auf Ihrem Demokonto aus. 100% ohne Risiko. Trade Rush vergibt diese Demokonten nicht mehr einfach so, da sich viele Leute diese Demokonten zunutze gemacht haben und binäre Optionen einfach nur zum Spaß getradet haben, was eine Last für die Plattform geworden ist und die Seite verlangsamt hat. Allerdings habe ich einen Code gefunden, den Sie noch nutzen können. Aber bitte teilen Sie ihn nur mit Leuten, die auch ernsthaft traden wollen. Diesen Code können Sie verwenden, indem Sie den Live-Chat betreten und dort nach einem Demokonto fragen. Und wenn man Ihnen dort Nein als Antwort gibt, geben Sie einfach DEMO500 ein. Damit erhalten Sie sofort 500 Dollar Spielgeld auf Ihrem Demokonto, mit dem Sie das Trader-in-Pyjama-System ausprobieren können. Aber nun zurück zum Trading. Wie Sie sehen können, befinden wir uns weit im grünen Bereich und ich bin sehr weit vom Einstiegspunkt entfernt, also wird wohl auch dieser Trade erfolgreich. Wie Sie sehen können, ist das Ergebnis ein wenig anders als bei dem vorherigen Trading-Zyklus. Aber wenn wir wieder das Gesamtbild betrachten, verdienen wir schließlich Geld und das ist das Tolle an diesem System. Und genau dies ist der Unterschied, wenn Sie mit einer richtigen Strategie traden. Und schauen Sie auf meinen Kontostand. Er ist auf 7447 Dollar und 20 Cent gestiegen. Okay, jetzt haben Sie also einen tollen Trading-Zyklus und sogar noch ein bisschen mehr gesehen. Damit Sie wissen, wie Sie in verschiedenen Situationen reagieren müssen und wie Sie Ihre Ergebnisse als Grundlage für Ihre Entscheidungen nutzen. Für diejenigen, denen dieses Video ein bisschen zu schnell war, um allen Schritten zu folgen, habe ich alles unter dem Video noch einmal aufgeschrieben. Aber wie Sie sehen können, ist es wirklich sehr einfach. Wenn Sie einmal das Trader-in-Pyjama-System verstanden haben und bereit sind, mit echtem Geld zu traden, loggen Sie sich einfach bei Ihrem Konto bei Tradewash ein, wo Sie zwischen verschiedenen Einzahlungsmethoden auswählen können. Einschließlich aller gängigen Kredit- und EC-Karten, Überweisung, Moneybookers und sogar Liberty Reserve, der neuesten Zahlungsoption für diese Plattform, für diejenigen, die an alternative Zahlungsmethoden interessiert sind. Alle diese Methoden funktionieren gleichermaßen, wenn Sie Geld von Tradewash auszahlen wollen. Und das ist eine weitere tolle Sache an dieser Plattform. Ihre Auszahlungsanforderung wird schnell bearbeitet und es dauert gar nicht lange, im Gegensatz zu vielen anderen Plattformen im Netz, bis das Geld auf Ihr Bankkonto oder auf Ihre Kreditkarte gebucht wurde. Also dann, ich wünsche Ihnen viel Erfolg und hoffe, dass Sie viel Freude an Ihrem neuen Trading-System haben werden.